Ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley mit mir und Chad. Die sind noch gerade nicht da, das ist immer so Anfang des Livestreams. Da kommen die erst so langsam reingetrudelt. Die bösen... Oh je, jetzt kommt schon Baria. Servus! Willkommen. Ah, wild. Okay. Wie sieht das Wetter aus? Oh, morgen wird's grün. Ganz dünnes Eis, ja Baria? Ganz dünnes Eis. Muss ich aufpassen, sonst krieg ich wieder Hauer. Hallo, hallo. Glück, Hani. Was ist jetzt mal... Heute ist sein Geburtstag. Okay. Alles gut bei euch? Ich hoffe. So, hier die Planung. Läuft alles. Museum. Wird zu langsam. Kathi, euch geht's gut. Schön. Schau mal einer an. Was haben wir hier? Saft. Energie und Gesundheit. Hm. Sieht gar nicht schlecht aus. Wie immer. Ja, schön. Und bei mir? Ja. Läuft. Läuft. Heute bin ich ein bisschen durch. Ich hab gestern ein bisschen... ...viel gezockt. Ich hatte gestern... Äh, ich hab jetzt Urlaub. Und ich hab jetzt schon richtig genossen. Aber vom Streaming mach ich keinen Urlaub. Das geht nicht. Äh. Will ich jetzt noch vorher was verkaufen? Ja, ich schau mal ganz kurz. Ja, Urlaub. Muss sein. Äh. Kann ich jetzt schon mit dem Zeug was machen? Was konnte ich denn da... Das da. Auch... ...verwenden, um eine Ring von Schatz... Ich probier das mal. Ein Ring von Schatzdingstars... ...zu haben. Okay. Dann Blueberries. ...ja. Entspannend, ja. Mach ich sofort. Aber vorher... ...Geld. Geld regiert die Welt. Stimmt's, Teddy? Und Lecani, ich hab mich schon... ...ääh... ...schon ein paar Gedanken gemacht... ...zur Geschichte von Teddy und Nugget. Also, ich hab mir da schon ein paar Gedanken gemacht. Die kommt dann auch. ...ja... ...irgendwann mal. ...ja... ...heh, ha, 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 ha... ...ha, ha... ... ich freu mich. Glaub ich, ja. Ist ganz witzig geworden. Also was ich mir bis jetzt so ausgedacht hab. Woher der Name Nugget kommt. Und so, ja. wird witzig wird witzig so das verkaufe ich nicht aber ich habe batterien noch sind hier welche zuletzt noch sturm euch geht's gut hier museum steht noch windmühle steht auch das heißt hier kann jetzt dann langsam produziert werden und hier noch ein aquarium bereich in einem riesigen aquarium wo ich alle fische sammeln könnte ich auch machen das hier dauert noch ja und ich gebe das zeug ab brauche ich eigentlich gar nicht so und zu der geschichte von rex habe ich mir auch gedanken gemacht weil ich fand die halt schon spannend auf irgendeine seltsame art und weise die könnte auch lang gehen diese geschichte like für lucas teddy und nugget wäre ganz toll teddy und nugget lasst ein like da ja das läuft was mache ich mit dem muffin hat einen beruhigenden effekt ja toll gut gebe ich das hier noch hier rein das brauche ich gar nicht hier und die blueberries können hier rein gut okay jetzt suche ich mir zu irgendwo ein boden wo ich das hin sollte ja hier passen oder wenn ich das hier mache das ist ja so ein anpflanzbarer boden das hier hi birmer kitzelt mal den poch okay fängt schon wild an heute habt ihr nicht gehört habe ich nicht gesagt ihr habt keine beweise okay da war gar nichts aber ich könnte wenn ich ganz viele von dem bauer klipp mal natürlich klippen geht nicht aber ihr könnt es aufnehmen das geht auch hier ist gefährlich habe ich noch schleim eier ich sollte welche machen schleim eier was waren eigentlich meine letzte große mission was ich machen wollte wusste ich gar nicht weiß ich gar nicht mehr hier vor allem ein bisschen aufwerten ich brauche mehr davon von den replikatoren kann ich da schon welche herstellen ja stein war so eine sache gold iridium mal in die höhlen reinschauen wieder wird richtig spannend kann ich mir denken aber was fehlt denn zur gold 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 dico neuer stall neuer stall ja das meiste zeug habe ich ja schon gemacht hier die bäume baumplantage hier sollten noch mehr mühlen hin so drei habe ich mir gedacht wenn das geht und ja das museum das fühle ich dann so nach der zeit so dass hier ein bisschen schöner aussieht der stall hier passt das passt alles und ja unten das fisch ding will ich ja noch bauen was fehlt denn hier prallen ok das braucht gunther nicht das nehme ich stücke eisen ok gerade ist nicht viel los ne ok ich bereite mich jetzt darauf vor ein bisschen gold zu produzieren dass ich das hier ein bisschen auffüllen kann habe ich noch ein bisschen gold auf dem lager oh ja bisschen ja schön schön da kann ich noch ein bisschen mehr zwei jade weg damit und irgendwas wollte ich ja mit quarts noch bäume genau ich wollte ja noch einen park bauen oder ja einen park bauen das wollte ich kann ich jetzt noch einen ich brauche davon mehrere hm ok die frage ist jetzt wie baue ich dann wie will ich denn hier in einem park bauen also ich kann ja nicht hier hinsetzen ich glaube das würde ich so machen hier so rauf alles diese bäume hier auch so ein rahmen vielleicht dann hier so parkbank und so dings da und blumies und viel deko eine statue in die mitte von demonios el la rusilus keine ahnung hier muss auch mal ein guter wegchen morgen wird es grün das heißt fisch ja jetzt kann ich kann das jetzt nicht mehr machen zu spät dann mach ich jetzt noch schnell die bäume da unten weg oder aber die mache ich auf coole art und weise weg kann ich ein paar bomben bauen und was mache ich mit dem see hier cool wäre es wenn ich so ein steg bauen könnte das würde ich feiern zum angeln und so hm das ist halt ziemlich unförmig das see ja das kriege ich schon irgendwie hin ja herzies seh ich heute sogar ein bisschen deutlicher weil ich das ein bisschen größer gemacht habe ja der chat übertreibt wieder ich sehe es äh was würde ich jetzt bomben 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 wie viel habe ich auf lager 14 könnte reichen ich darf da ja nicht allzu viel abreißen hm ok ich will jetzt die mauer da drüben nicht kaputt machen was ist denn so eine gute entfernung für die bomben hier ich probiere es mal schön äh wie viele habe ich noch sieben das könnte sich hier ausgehen dass ich die hier auch noch ok ok den rest kann ich so machen ah ja morgen wachsen ja neue bäume wahrscheinlich weil ja da das grüne zeug kommt so bei bei den tieren drüben neuer stall den muss ich dann irgendwie da drinnen bauen wenn sich das sonst nicht ausgehen wird dann hier so ein lager für oder fischer hm so ein kleines aquarium hm 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 komm schon komm schon alles weg bevor es dunkel wird ja es ist schon dunkel ja das ging schnell und ich habe keine mauer kaputt gemacht sehr gut so stein weg da ist noch ein baum stumpf kann ich noch zum magier gehen und das jetzt schon um um platzieren hi waschbären die wollen ja nichts mehr oder waschbär hilf uns und ich gebe dir äh alter der der baum sieht schon äh viel spaß also wird das nicht ein bisschen eng mit den ganzen kleinen waschbärchen da in dem haus ich ich meine ja nur die quetschen sich ja überall schon raus hier äh gut was wollt ihr saft tomate radieschen eingelegt hm kein problem wie mache ich noch ach so tomatensaft mache ich wahrscheinlich im fass hm ok zum magier hab ich noch dut 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 k servas magier alles gut hoffe ich das wollte ich nicht ich wollte das hier Wo mache ich das? Nein, hier oben, weil es dann schön aussieht, hier ein Gebäude hin. Mal schauen, wie sich das hier so ausgeht. Wenn ich das hier hin baue. Das wäre hier. Dann würde sich hier noch eins ausgehen. Aber das würde sich nicht ausgehen. Obwohl, wenn ich dazwischen zwei Wege habe, hier oben noch. Oder hier direkt heransetze. Und hier oben den Eingang. Hier vielleicht noch ein Fisch. Hier wäre das Aquarium. Ja, das ist mal geplant. Mal schauen, wann das fertig wird. Großer Planung. Aber jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Und ich hole mir jetzt noch... Warte mal, ganz kurz hier. Alter, nervt das. Danke. Das ist ja alles im Weg rumliegt. Ist ja... Okay, ich sehe gar nichts. Ihr seht wahrscheinlich mehr als... Autsch! Ich sehe nicht mal die Schleimis. Da waren irgendwo Augen. Oh Gott, ich sollte ja... Äh, aufpassen. Äh, wo habe ich Käse? Habe ich keinen Käse mehr? Habe ich meinen Käse verkauft? Leuchtering, ja. Leuchtering brauche ich nicht. Äh... Ich bin ein Mann. Ich komme im Dunkeln klar. Ich habe keine Angst. Autsch. Irgendwas greift mich an, aber egal. Ich sehe gar nichts. Hier sehe ich ein bisschen was. Weil hier es helldunkel ist. Das sind zwei Schleimis. Okay, ciao. Okay. Ich sterbe gleich. Uiuiui. Okay. Ab nach Hause. Ab ins Bett. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wetten werden angenommen. Kaffee noch. Ein bisschen Schnelligkeit. Und ich sollte hier unten langsam anfangen, Schleimis hinzusetzen. Das wäre eine Idee. Mir so ein bisschen... Hey, oh, Alex. Schatz. Willst du kuscheln? Wie er da drin liegt. Ganz selbstverständlich, ne? Null Uhr. Oh, Alex. Gefahr ist von im Vollzug. Ja. Halte mich immer auf Trab. Halte mich immer auf Trab. Ich will für dich fit bleiben. Okay. Dann komm mit in die Höhle und kämpf mit mir. Äh, was macht ihr heute alle hier? Hab euch lieb. Ja. Habt ihr Hunger? Jetzt haben wir mal das Wetter anschauen. Ja, alles grün. Kurz schauen, ob es den VIPs gut geht. Das ist das Wichtigste. Eine neue Baby-Echse ist geschlüpft. Äh, sch... Wie nennen wir unsere neue Baby-Echse? Hm. Wer schaut noch zu? Ist jemand da? Schreib. Dann wirst du ein VIP. Äh... Was wäre denn gut? Nix. Ah, nee. Komm. War ja. Ja. Wieso musst du mir die Schmerzen... Ja. Ja, nix. Ja. Bei den Dämonen gefallen und als Drache wiedergeboren, oder? Ah, okay. Ja, nix. Ah. Ah. Sorry. Ja, ja. Ah. Etwas schlimm. Ah. So. Ah. Das war schon krass bei Wimworld. So. Aha. Baby-Drache muss weg. Ah. Der kommt drüber. Du wirst umplatziert. Wo kommst du in den Stall? Der noch ausgebaut wird. Ah. So lebt sie weiter. Ja. Ja. Irgendwie. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Wird ein Nugget geboren. Okay. Ja. Ich kann die jetzt alle nicht machen. Aber... Was verkaufe ich? Schnau. Hier rein. Oh, hier habe ich, glaube ich... Habe ich hier? Ja, ein neues Baby ist geboren. Äh. Wie nennen wir es? Äh. Was ist noch so eine schlechte Geschichte von mir? Äh. Rex. Äh. Rex ist jetzt auch dabei. Oh. Ah ja. Okay. Ich lege da gleich noch eins rein. Und die verkaufe ich einfach. So. Kurz und bündig. Kann ich bei dem Wetter noch irgendwas? Sind hier überall die Dinger. Äh. Ja. Ah ja. Brauche ich ja. Wie hole ich mir schnell hier? Da ist ein Frosch. Dipp, 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 dipp. Wie viel das ist. Okay. Der Baum muss weg. Aber meine Pflanzen sind jetzt nicht tot da drüben, oder? Nein, den geht's gut. Da ist alles perfekt. Hier passt auch alles soweit. Ich glaube, ich reiße noch so ein paar Pflanzen ab. Oder? Also ich finde die Bäume schon cool, wie die aussehen. Hm. Ich lasse die mal. Okay, mal in die Stadt schauen. Was da so abgeht. Beim Giftregen. Pam arbeitet. Fleißig. Kann das auch sein, dass das immer wie... Dass das öfters kommt, oder kommt das nur einmal im Jahr? Der grüne Regen. Ich schau mal zu den Schleimis. Ja. Da wird Liebe gemacht. Hier ist sehr viel grün. Oh, da könnte ich ein paar Eier reinlegen. Autsch. Ja, danke. Danke. Ciao. Da... Da... Da läuft schon wieder ein Schleimi weg. Vor der Liebe weg, ne? Lauf! Lauf um dein Leben! Ah, er ist in die Falle gegangen. Ja, und da ist das Baby-Schleimi. Oh, wie süß. Ah, schön. Sag ich, hier irgendwas Besonderes. In der Bar sind wieder alle versammelt. Nicht? Ist das nur beim ersten Mal, dass die alle da drin sind? Bürgermeister, Levis. Was machst du so? Ich habe neulich was echt Leckeres gekauft. Käse von Piers Laden. Er sagt, dass er es selbst gefunden hat, als er die Berge erkundet hat. Und ich wüsste nicht, dass Pierso ein begabter Sammler ist. Okay. Danke für die Information. Oh, Bomben. Die könnte ich ja hier zünden, Bürgermeister. Hier. In deinem Haus. Dann ist alles kaputt. Ah, sorry. Ich habe mich wieder gefangen. Der grüne Regen ist aber auf der Insel nicht, oder? Oh, sehr gut. Ist der grüne Regen auf der Insel. Das würde mich interessieren. Hi, Willy. Was geht? Mal kurz rüberfahren. Mal gucken. Und vielleicht ein bisschen Ernte abholen für Geld. Ja, Geld. Geld regiert die Welt. Nee, hier ist normaler Regen. Obwohl, äh... Kokosnuss? Hier drüben fehlt mir ja noch der eine Vogel. Klingt wie eine Beleidigung, aber nein. Oh, Bananen habe ich ja schon abgegeben. Ja, da ist er. Topaz. Dann haben wir das auch. Let's go. Abgeben. Nüsse. Nüsse, Nüsse, Nüsse. So, letztes. Fünf Nüsse. Habe ich jetzt die 100? Ich sollte jetzt die 100 haben. Oder? Kein Schimmer. Äh, habe ich einen Kaffee? Ja. Let's go. Schneller. Leider sind die Blueberries nicht fertig. Und ich könnte es ja mal wieder probieren. Hm. Du hörst eine seltsame Stimme. Nur größte Walnussjäger 97. Mir fehlen drei Nüsse. Okay. Ja. Drei Nüsse kriege ich irgendwie. Ja, die Banane habe ich schon. Glaube ich zumindest. Doch, ja, habe ich. Ja, ich habe ein Tigerschleimei. Okay, ich habe ein Tigerschleimei. Das ist schon mal sehr gut. Weil die würde ich gerne züchten. Und in der Stadt verbreiten. Weil die sind, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, ich mache es mal. So, Leute. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin jetzt ganz kurz weg. Dann. 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 Ich bin gut, aber nicht gut genug. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hasse dieses Spiel. Nicht Stardew Valley, nur dieses eine Minigame hier. Das ist doch zum Verzweifeln. Okay, hier passt alles. Ich könnte mal das mit der Bananen noch testen. Ich habe das doch gemacht, oder? Habe ich die hier? Das nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, ich bin voll. Das kann weg. Das kann auch weg. Sonderfolge Musik Minigame, ja. Ich bin nur nicht intelligent genug dafür. Für das eine Game da. Ich nehme das halt irgendwann auf und dann passt das. Dann habe ich das. Hier Leuchtering, äh, nicht Leuchtering, äh, Glücksring hätte ich gern zum Mitnehmen. Bitte. Hier ist viel Stuff. Hm. Ich habe keinen Platz. Wahrlich eine mistliche Lage. Ah, okay. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Brauche ich nicht. Eine Stunde an dem Musikspiel. Oh je. Respekt. Fürs Durchhalten. Ich kann das halt im Livestream halt schlecht machen. Hier. Oder? Es wäre sehr authentisch, ne? Ähm. Dum dum da. So, hier ist irgendwo was gewesen. Doch. Ich habe es. Ich habe es sehr leise eingestellt. Habe ich jetzt irgendwas gehört? Achso, das war das. Nö. Obwohl, die könnte ich... Nee. Brauche ich jetzt nicht. Ignoriere ich. Ciao. Arrivederci. Jetzt... Jetzt war was. Aber wo? Da vorne. Hm. Hat sich nicht gelohnt. Überhaupt nicht. Hm. Nein, Staffel 1 war das. Ein bisschen leichter. Da hatte ich zum Schluss dann irgendwann... Sechs Glücksringe. Und nur deswegen, weil ich aufgehört habe, danach zu suchen. Äh, Crabby? Crabby, Crabby. Ach ja, da war ja was. Habe ich jetzt leider nicht dabei. Na, Meerjungfrau? Äh, wir sehen uns. Ich habe einen Pokémon. Ich habe... Ich habe... Ich habe einen Pokémon. Hast du jetzt ein Haustier? Also, in Stardew Valley gibt es ja die Begleiter. Pokémon. 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 Ah. Okay, ich habe falsch gelesen. Oh, hi, Willy. Äh. Wie konnte mich Willy rüberfahren, obwohl er hier oben ist? Fragen über Fragen. Hey, Clint. Ich habe leider kein Stück Eisen für dich. Was ist das hier? Ach so, das ist ein Stein. Das sieht ja aus wie ein Pilz. Okay. Hier... Nichts. Hm, hm, hm. Beim Angelfestival sollte ich mitmachen. Hm, hm. So, das grüne Schleim-Ei. Äh, Tiger-Schleim-Ei. Würde ich direkt da reinballern. Ja, ouch. Autsch. Ah, ich habe keine... Uh, ich muss raus. Ich habe keinen Käse. Ui. Das war knapp. Das war ultra-knapp. Ich sollte das nicht ohne Käse machen. Ah, ich hätte noch von dem Grünzeug ein bisschen mehr. Äh, Stein. Kohle, Kupfer. Sonst noch was, was ich hier abgeben kann? So. Goldene Kokosnuss. Das hier. Hartholz. Dies, jenes. Hm. Ach so, ich habe keinen Platz dafür. Sind die Schleim-Eier fertig? Ja. Geht sich aber dann trotzdem nicht aus. Hm. So. Rein da. Kann ich ja verkaufen. Die Grüne brauche ich ja nicht. Ich brauche die Guten. Guten Schleim-Eier. Hm. Habe ich sonst noch was? Das kann ich hier. Oh. Das brauche ich hier auch nicht. Das kann hier hin. Oh, ich schaffe es nicht mehr nach Hause. Merke ich gerade. Habe ich gerade. Gut. Das kann ich ja auch verkaufen. Das brauche ich auf gar keinen Fall. Das fürs Museum. Hm. Okay. Hier kann ich noch Stuff ablegen. Rest verkaufe ich. Das hier noch. Hm. Das hier. Schön Diamanten. Und dann sammle ich hier noch alles ein. Gut. Dann war es das auch mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lass ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das Wetter sieht nicht gut aus. Hier drüben findet ihr die Glocke. Drückt drauf, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Und schaut mal unten in die Infobox. Da seht ihr die Livestream-Termine. Habe ich lieb. Ciao, ciao. Bis bald.